Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Monument Wars und heute geht es in den richtigen Kampf. Das Bett reiße ich nämlich nicht ab und ich bin hier im Raum. Und hier ist ein Silverfish Spawner. Er ist jetzt nicht so special, aber wir haben es gefunden. Ich glaube ich muss wirklich nichts dazu sagen. So und ich muss nicht schnell zu einer Morphra machen, äh nicht zu einer Morphra, sondern zu einem. Ja, nice, 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 was hier so passiert. Alles klar, dazu sage ich nichts. Fuck. Aber das Endeswissen, gefährlicher als ich gedacht hätte. Hahaha. Der Ender Drache. Haha, schön. So. Ähm. Die Dinger sind aber ein bisschen aggressiver. Also das ist im normalen Belenwarekraft doch deutlich einfacher. Oh, ich, ähm. Fress mal lieber ein. Haha. Ich räume mich gerade einen Ass ab. Haha. Das ist ja nett. Hui. Oh, ja, ja. Wir machen die Dinger mal. Satz schon. Das kann man mal gerade nicht, äh. Denien. Ähm. Aber noch lädt sich das Ding auf. Äh. Hahaha. Ich bin richtig happy gerade. Sorry. Äh. Jetzt schon zerstört. Jo. Ich bin der Erfolg, äh. Ich will das Ding eigentlich, will ich erst die Teile hier zerstören. Ich könnte es wahrscheinlich auch ohne Probleme ohne machen mit dem Schwert und dem Flugmodus. Aber. Wenn wir ein bisschen an vorne machen und irgendwo diesen Garstgeräusche, kann das sein? Da ist schon ein Ender-Ei. Kann ich das abbauen? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Hm. Das ist aber nicht so schlimm. Äh. Äh. Ist jetzt. Ich fliege nochmal. Gucke ein bisschen. Wahrscheinlich. Hab ich alle erreicht. Ich würde sagen. Aber. Ich. Äh. Mach es mal. Wuh. Das ist ein Snipergewehr, ne? Gibt das überhaupt? Gibt das was? Ich weiß gerade gar nicht. Uiuiui. Ja, ja. Looping gemacht. Haha. Ich will es mir ja nicht zu leicht machen, ne? Obwohl mit so einem Barrett-Kaliber 50 ist jetzt auch nicht schwer. Aber ich habe halt nur OP-Sachen bei. Ich kann es mit dem Bogen versuchen. Ja, also ganz. Das ist ein ganz klassischer Oldschool Minecraft verzauberter Level 30er Bogen. Ist das nicht so Special-Inger ist? Hm. Äh. Geht halt. Ich habe 64 Pfeile übrigens dabei. Nur, dass ihr euch nicht fragt, welchen sie denn mit der Tat halt. So. Scheiße, der war daneben. Der ist zwar auch schon scheiß Pfeil. Ich habe natürlich übrigens alle Dinge zerstört. Da is er. Da is er. Da is er. Da is er. Da is er mir zu weit weg. Aber den letzten Schlag muss ich mit meinem Schwert machen. Das, das lasse ich mir nicht entgehen. Schade ist, dass es nicht so ist wie bei Skyrim. Dass wenn die mehr Schaden haben, die Drachen dann irgendwann, ähm. Auf dem Boden sind. Äh. Beziehungsweise nicht auf dem Boden, aber die haben immer mehr Bodenkontakt, die mehr Schaden sie haben. Äh. Das ist halt. Ich weiß nicht. Das war wahrscheinlich die Verletzung. Das da. Schaden simulieren. Ja. Ist halt so. Und die. Na. Naja. Ich habe ja auch schon mal bessere Schüsse gesehen. Es ist glaube ich, die Reichweite reicht gar nicht dafür aus bei mir. Der muss mich mal angreifen. Hallo? Drachy? Könntest du mal, bitte, äh, mich angreifen? Ich glaube, das macht doch gar nicht mehr. Was ist denn das? Doch. Ach komm. Ach, das kann doch nicht sein. Ich hätte ihn natürlich auch jetzt richtig träumen können und, äh, mit dem Schwert im Flugmodus in zwei, drei Minuten töten können. Hände ich auch so gefragt. WTF? Was ist mit dir falsch? Hätte ich gesagt nicht. Das ist ein OASBORN. Äh. Ja, 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 ja. Guter Schuss. Guter Schuss. Aber. So. Einen mache ich noch. Einen mache ich noch. Der Finale. Und dann. Oh. Oh. Ich bin gut. Ich bin der Beste. Äh. Nice. Haha, das ist, äh, nenne ich gerade mal dezent nice. Puh. Ja, doch, 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 doch. Ich würde sagen, dass wir nicht ganz schlecht waren. Das, äh, kann ich doch abbauen, oder? Was ist denn, wenn wir da? So. Was ist das denn? Oh, meine Güte. Ach, oder muss ich vielleicht durchs Portal da führen? Dann begeben wir uns jetzt. In das Portal. Hm. Und das war. Minecraft. Der. Offizielle Teil. Ich muss ja die Story machen. Heißt du, ich sehe die Player, du. Mr. Wanderer. Ja. Take care. It has reached a higher level now. It can reach our thoughts. Das stimmt. It thinks we are part of the game. I like this player. It played well. It doesn't give up. It is reading our thoughts as though there were words on the screen. This is how we choose to imagine many things, when it is steep in the dream of a game. Word can make a wonderful interface. Es war flexibel und less terrifying than starting at the reality behind the screen. They used to hear voices, before players could read. Back in the days when those who did not play called the players witches and warlocks, and players dreamed they flew through the air on sticks powered by demons. What did this player dream? This player dreamed of the sunlight and trees, of fire and water. It dreamed, it created, and it dreamed, it destroyed. It dreamed, it hunted, and was hunted, it dreamed of shelter. Ha, the original interface, a million years old, and it still works. But what's the truth, the structure that this player created in the reality behind the screen? It worked. With a million others, scoped a true world, in a fold of the... And create a... For a... In a... I cannot read that, though. No. It has not yet achieved the highest level. That. It must achieve the long dream of life, not the short dream of a game. Does it know that we love it? That the universe is kind? Sometimes. Through the noise of the thoughts. It hears the universe, yes. But there are times, since this is sad. It's a long dream. It creates worlds that have no summer, and it shivers under a black sun, and it takes said creation for reality. To cure it of sorrow world, destroy it. The sorrow is part of its own private task. We cannot interfere. Sometimes. When they are deep in the dreams, I want to tell them, they are building the true worlds in reality, sometimes ich bin zu langsam. It reads our thoughts. Sometimes. I do not care. Sometimes. I wish to tell them, this word you take for truth is merely, and I wish to tell them that they aren't they. They see so little of reality in their long dream. And yet. They play the game. But it would be so easy to tell them. Too strong for the stream. To tell them how to live is to prevent them from living. I will not tell the player how to live. The player is growing restless. I will tell the player a story. But not the truth. No. A story that contains the truth safely. In a cage of words. Not the naked truth. That can burn over any distance. Give it a body again. Yes player. Use its name. Mr. Wanwa. Player. Of games. Good. Take a breathe now. Take another. Feel air in your lungs. Let your limbs return. Yes. Move your fingers. Have a body again under gravity and air. Respond in the long dream. There you are. Your body touching the universe again. At every point. As though you were separate things. As though we were separate things. Who are we? Once we are called the spirit of the mountain. Father sun. Father moon. Ancestuous spirits. Animal spirits. Djinn. Ghosts. The green man. Then gods. Demons. Angels. Poltergeists. Aliens. Extraterrestrials. We do not change. We are the universe. We are everything you think isn't you. You are looking at us now. Through your skin and your eyes. And why does the universe touch us again and throw light on you? To tell you a story. Once upon a time. Ich glaube den restlichen Teil des Abspanns habe ich schon mal gelesen. Kann das sein? Ah ne gar nicht. Das läuft ja immer noch durch. Ach Gott das ist nicht so ewig lang. Ah gut. Diese Abspannung. Spannung. Spannung gehen ja immer lang. Let's go back. The atoms of the player were scattered in the grass. In the rivers, in the air, in the ground. A woman gathered the atoms. She drank and ate and inhaled. And the woman assembled the player in her body. And the player awoke from the warm, dark world of its mother's body into the long dream. And the player was a new story never told before written in a letter and of DNA. And the player was a new program never won before generated by a source code of a billion years old. And the player was a new human never alive before made from nothing but milk and love. You are the player. The story. The program. The human. Made from nothing but milk and love. Let's go further back. The seven billion 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 atoms of the player's body were created long before this game. In the heart of a star. So the player too is information from a star. And the player moves through a story which is a forest of information planted by a man called Junion on a flat. Infinite world created by a man called Marcus that existed inside a small private world created by the player who inhabits a universe created by. Shush. Sometimes the player created a small private world that was soft and warm and simple. Sometimes hard and cold. Sometimes it's called those flags electrons and protons. Sometimes it calls them planets and stars. Sometimes it believed it was in a universe that was made of energy that was made of odds and odds, zeros and ones, lines of code. Sometimes it believed it was worth playing a game. Sometimes it believed it was reading words on the screen. You are the player. Reading words. Shush. Sometimes the player read lines of codes on the screen. Decoded them into words. Decoded words into meaning. Decoded meaning into feelings. Emotions. Serious. Ideas. And the player started to breathe farther and deeper and realized it was alive. It was alive. It was alive. You. You are alive. And sometimes the player believed the universe had spoken to it through the sunlight that comes through the shuffling leaves of the summer dream. And sometimes the player believed the universe had spoken to it through the zeros and ones, through the electricity of the world, through the squalling words on the screen that's at the end of a dream. And the universe said, I love you. And the universe said, you have played the game well. And the universe said, everything you need is within you. And the universe said, you are stronger than you know. And the universe said, you are the daylight. And the universe said, you are the night. And the universe said, the darkness you find is within you. And the universe said, the light you seek is within you. And the universe said, you are not alone. And the universe said, you are not separate from every other thing. And the universe said, you are the universe tasting itself, talking to itself, reading its own code. And the universe said, I love you, because you are love. And the game was over, and the player woke up from the dream, and the player began a new dream. And the player dreamed again, dreamed better. And the player was the universe, and the player was love. You, as a player, wake up. Ja, das sind jetzt noch die normalen Micro-Caddles, aber ich würde sagen, die muss man sich nicht angucken. Kann man sich die überhaupt angucken? Weiß ich gar nicht. Hm, ja, äh, das war doch mal eine nette, nette Folge. Und, äh, ja, ich würde sagen, wir haben kein Ender-Ei bekommen. Äh, ich weiß nicht, wo das ist. Oder, ob wir das bekommen, oder irgendwie so, aber, bis zur nächsten Folge, und tschüss.